Ich trau mich gar nicht raus, schon wieder nicht, weil wenn ich das sehe, das ist ja magisch, wie da, also dass das überhaupt hält. Das ist ja, also man müsste jetzt genau diese Kraft haben, von der jetzt gleich die Rede sein wird und dann würde diese Tasse anfangen zu schweben und würde wenigstens schon mal von der Oberfläche, von der Fläche dieses Stuhles sich entfernen, sodass ich sie dann ganz langsam nähme und dann sicher sein könnte, dass mir das Kaffee, der Kaffee nicht über die, oh Gott, hoffentlich klappt das, nicht über die Hose, ah, Maseltoff. So, jetzt kannst du, weiß der Stuhl, also was sich hier alles ausgedacht wird, hier werden Anforderungen an den Moderator und vor allen Dingen auch den Kameramang gestellt, das ist unglaublich. Worüber ich eigentlich reden wollte, ist die Magie eines Phänomens, das inzwischen sogar schon in der Küche Einzug gehalten hat. Weißt du, wie ein Induktionsherd funktioniert? Ja, wir haben einen zu Hause, ja. Echt? Und, seid ihr zufrieden? Super, genial. Aber bist du nicht jedes Mal, wenn du da stehst und denkst, gehst du nicht auf die Knie und, also ich meine, als Physiker würde ich sagen, das kann man eigentlich überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Hast du auch eine Postkarte von Albert Einstein in der Küche hängen? Nee, aber ich werde mir, glaube ich, ein Bildchen reinhängen in die Küche. Ich bitte darum. Also Einstein hat ja diesen wunderbaren Satz gesagt, es macht eben einen Riesenunterschied, ob man fünf Minuten neben einer schönen Frau sitzt oder fünf Minuten auf einer Herdplatte oder so ähnlich. Also auf jeden Fall diese Sache mit der Herdunterschied zwischen die Nähe der Frau und die körperliche Nähe der Herdplatte machte für Einstein. Denn Einstein konnte ja nicht wissen, dass man eines Tages mal mit seiner, und mehr wollte ich nicht verraten, mit seiner Hammertheorie bei uns Herde baut. In der Küche. In der Küche steht inzwischen das Erfolgsmodell, spezielle Relativitätstüge, ich sage es jetzt doch, weil es ist so irre, der Induktionsherd. Der Induktionsherd, das ist Magie. Das ist genauso wie telefonieren mit einem Mobiltelefon. Man arbeitet mit Feldern, mit elektromagnetischen Feldern. Und während man hier also irgendwelche Nachrichten bekommt oder abgibt, gute oder schlechte und so weiter, aber manche auch völlig sinnlose, hallo mein Schatz, ich bin ja, und so weiter, arbeitet man hier mit dem tatsächlichen Effekt, den ein Feld auf ein Material ausübt, wenn denn das Material darauf reagieren kann. Induktion. Fangen wir ganz einfach an. Ein elektrischer Strom, also eine bewegte Ladung. Eine bewegte Ladung hat ein anderes elektromagnetisches Feld als eine ruhende Ladung. Eine ruhende Ladung hat nur ein elektrisches Feld. Man sieht förmig das elektrische Feld. Also wenn ich jetzt hier die Ladung mal so liegen lasse, dann sieht man, wie sich also strahlenförmig das elektrische Feld von dieser Ladung nach außen, ja, kann man richtig sehen, schön. Kaum fängt diese Ladung allerdings an, sich zu bewegen, verändert sich das elektrische Feld. Und diese bewegte Ladung entspricht einem Strom. Und das veränderte elektrische Feld, wenn man also das ursprüngliche elektrische Feld der Ladung abzieht, das hat eine ganz andere Form. Und das wird von uns außen im Allgemeinen mit dem Wort Magnetfeld bezeichnet. Ein Magnetfeld ist also immer etwas, was mit einer bewegten Ladung zusammenhängt. Umgekehrt allerdings können bewegte Magnetfelder auch Ströme erzeugen, also bewegte Ladung. Offenbar gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Ladungsbewegung und dem magnetischen Feld. Die ruhende Ladung hat nur ein elektrisches Feld, bewegte Ladungen haben ein magnetisches Feld. Das nennt man Induktion. Man kann also mit Hilfe von sich zeitlich verändernden Magnetfeldern und elektrischen Strömen, kann man jeweils das andere erzeugen. Wahnsinn. Gar nicht einfach. Vor allen Dingen, was ist überhaupt ein Magnetfeld? Man kann es ja nur an seinen Wirkungen merken. Vor allen Dingen aber kann man merken, dass ein Magnetfeld Ströme erzeugen kann. Und die Ströme, die induziert werden durch das Magnetfeld zum Beispiel, die laufen so, dass sie der Induktionsursache entgegengesetzt sind. Das ist die Lenz-Regel. Und das führt zu einem hochinteressanten Phänomen, dass nämlich entweder starke, also überhaupt zeitlich veränderliche elektrische Ströme zum Beispiel, führen zu einem Magnetfeld. Dieses Magnetfeld ist erstmal nur. Einfach nur so da. Da. Wenn jetzt in die Nähe von einem solchen daseinenden Magnetfeld ein Stoff kommt, der auf dieses Magnetfeld reagieren kann, dann wird in diesem Stoff von dem Magnetfeld, was eben nur so da war, wird in diesem Stoff durch das daseinende Magnetfeld werden Ströme induziert. Und was machen Ströme im Verbraucher, wenn ich höre? Hm, erwähnen wir den. Genau. Das war's. Damit haben wir die ganze Induktionsproblematik schon erörtert und ich kann mich zurückziehen. Ein Induktionsherd funktioniert also dann und nur dann, wenn auf seiner Oberfläche Material sitzt, das mit diesem Magnetfeld so zusammenarbeiten kann, dass in ihm Wirbelströme, also diese Induktionsströme, erzeugt werden. Das geht nur mit Materialien, wo Eisen drin ist, Kobalt und Nickel. Es gibt die tollsten Bilder von der Wirkungsweise eines Induktionsherdes. So zum Beispiel gibt es so ein Experiment. Man macht einen Induktionsherd an, volle Pulle und dann legt man auf die Platte ein Stück Butter. Jetzt kann man sich natürlich fragen, enthält Butter Eisen? Nein. Kobalt? Ich glaube auch nicht. Nickel? Uh. Das heißt, der Erwartungswert wäre, obwohl der Herd voll an ist, sollte das Stück Butter einfach auf dieser, wie heißt es so schön, annenen Herdplatte, also angeschalteten Herdplatte liegen bleiben, ohne sich zu verändern. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, passiert nichts. Passiert nichts. Er weiß es, ich sage es nochmal. Oder die andere Geschichte. Man kann auch die Hand draufhalten. Man kann auch die Hand, also nicht auf die Butter, sondern auf die Platte. Nichts, weil man selber ist, also gehört offenbar nicht zu den Materialien, die diesen Induktionsprozess erzeugen. Also der Induktionsherd mit den Magnetfördern, das ist ja die ganze Zeit am Gang. Okay, dann könnte man jetzt noch überlegen, ich lege die Butter nicht direkt auf die Platte, sondern ich lege die Butter in ein Gefäß, das aber wiederum weder Eisen noch Nickel und Kobalt enthält. Kupfer oder Aluminium. Was sollte passieren? Nix. Und es passiert auch nichts. Noch besser ist das eine Bild, was ich da gesehen habe, das fand ich auch großartig. Da hat man, hier machen wir erstmal, machen wir es mal richtig, wir legen dann die Butter in eine Pfanne, die aus Eisen besteht und was macht es? Brutzelt. Aber sowas von schnell, man macht sich keine Vorstellung. Weil dieses magische Verfahren offenbar unglaublich schnell Energie freisetzt. Tatsächlich. Wahnsinn. Das heißt, durch die Anwesenheit des ferromagnetischen Materials da oben, wird das Magnetfeld, was im Herd ja durch die entsprechenden Spulen erzeugt wird, also man hat den veränderlichen Strom, der das Magnetfeld erzeugt, dieses Magnetfeld ist ja eigentlich, und hier ist das Wort eigentlich angebracht, völlig symmetrisch verteilt. Also genauso viel nach unten wie nach oben. Aber durch die Anwesenheit des Topfes obendrauf, wird das Magnetfeld praktisch rausgezogen, induziert in dem Topf dann diese Induktionsströme und die erhitzen dann und sind so effizient. Da gibt es ein Wahnsinnsbild, habe ich gesehen. eine halbe induktionsfähige Pfanne, durchgeschnitten in der Mitte und dann schlag ein Ei drüber. So. Und zwar genau an der Kante. Dann sieht man also, dass in der Pfanne entsteht ein Spiegelei. Und direkt am Rand, direkt daneben, Ei, Ei. Ei, ist Ei klar. Als nichts passiert, gar nichts. Das ist ein Wahnsinnsphänomen. Und wenn man sich das immer richtig überlegt, also ich meine, es ist ja, die Leute, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ja den Eindruck, das Erstaunen nimmt ja immer weiter ab. Also tatsächlich müsste man bereits über dieses Phänomen tief ins Grübeln kommen, was passiert hier? Was ist das für ein Ding, diese Induktion? Felder, die hier wirksam sind, das ist doch Zauberei, das ist doch Voodoo. Wie kann denn dieses Feld ohne das, also was ist denn das überhaupt für ein Feld? Was soll denn das sein? Das war in der Tat für die Physiker eine große Herausforderung. Und es ist heute noch. Was bedeutet eigentlich Feld? Was ist das? Gravitationsfeld. Die Sonne zieht irgendwie an den Planeten, aber die Planeten ziehen auch an der Sonne. Ja, sind das jetzt Gummifäden oder was? Nein, es ist irgendwie ein Wirkungsbereich. Einer Kraft. Die Kraft bei der Gravitation sind es die Massen. Die ist nicht abschirmbar. Bei der elektrischen Kraft handelt es sich aber um eine abschirmbare Kraft, nämlich genauso viele positive wie negative Ladungen in einem Material, dann ist es elektrisch neutral. Können sich dagegen negative Ladungsträger relativ zu den anderen Ladungsträgern im Positiven bewegen, dann kann da ein elektrischer Strom fließen. Also Metalle zum Beispiel. Die haben andere elektrische Eigenschaften als Butter. Kohlenwasserstoffe, die sind also elektrodynamisch jetzt nicht besonders aktiv. Gut dem Dinge, kann ich nur sagen. Also das passiert auch nicht. Also mit uns ja auch nicht. Wir sind ja auch Kohlenwasserstoffmoleküle, große Moleküle. Wir reagieren nicht unmittelbar auf elektrische Felder um uns herum. Nicht unmittelbar. Wir reagieren aber nicht unmittelbar. Und wenn vor allen Dingen durch die Anwesenheit von Wasser in uns dringt. Denn Wasser ist ja so ein Molekül, was an der einen Seite ein bisschen positiv und auf der anderen Seite ein bisschen negativ geladen ist. Beim Sauerstoff ein bisschen negativ, beim Wasserstoff ein bisschen positiv. Also elektrische Kräfte, damit kann man gut was anfangen. Aber elektromagnetische Kräfte, das war also eine echte Herausforderung. Was ist denn das für ein Feld? Ist das eine neue Form von Feld? Elektrisch, gut, gleichnamige Ladungen, stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Das kann man nicht noch. Aber was ist das magnetische Feld für ein Phänomen? Das gibt es ja nur, wenn Ladungen sich bewegen. Was ist denn an so einer Bewegung von so einer Ladung schon so Besonderes? Das kann doch gar nicht sein. Und vor allen Dingen, solange man jetzt keine Geschwindigkeit hat, die besonders ausgezeichnet ist im Vergleich zu anderen Geschwindigkeiten, hätte man jetzt noch nicht mal sagen können, ob denn jetzt hier irgendeine Art von Geschwindigkeit absolut notwendig ist, damit eine bewegte Ladung auch unter hundertprozentigen Umständen, immer und unter allen Umständen, Magnetfell induziert. Und jetzt kommt da Einstein ins Spiel. Die spezielle Relativitätstheorie, da hat er ja angefangen darüber nachzudenken, was für eine Bedeutung hat die Lichtgeschwindigkeit eigentlich im Vergleich zu allen anderen Geschwindigkeiten. Und die Lichtgeschwindigkeit ist ja nun mal die Geschwindigkeit, mit der sich elektromagnetische Felder ausbreiten. Das heißt, sie gehört zur Theorie der Elektrodynamik. Sie hat da also offenbar so eine ganz zentrale Rolle. Die Lichtgeschwindigkeit, ei, 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 die Lichtgeschwindigkeit. Und Einstein, ja, setzte voraus, als Hypothese, die Lichtgeschwindigkeit ist eine absolute Größe und alle Geschwindigkeiten haben sich in der Irre zu richten. Es gibt keine Geschwindigkeiten für massebehaftete Körper oberhalb der Lichtgeschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeiten in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommen, dann gibt es eine ganze Reihe von unglaublich wichtigen Phänomenen. Aber vor allen Dingen, und deswegen war seine allererste Arbeit zu diesem Thema betitelt mit den Worten, zur Elektrodynamik bewegter Körper. 1905 konnte Einstein erklären, wie die Induktion funktioniert. Denn nur mithilfe seiner Theorie wurde überhaupt verständlich, was der Unterschied ist zwischen einer ruhenden Ladung, wo nur das elektrische Feld da ist, und einer bewegten Ladung. Und sei die Geschwindigkeit dieser bewegten Ladung noch so klein im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, durch eine bewegte Ladung entsteht immer ein Feld, das senkrecht zu dem elektrischen Feld der Ladung steht. Wahnsinn. Und dieses Feld nennen wir Magnetfeld. Das bedeutet, wenn wir heutzutage in der Küche stehen und entweder einen Spiegel einmachen oder was auch immer und das Induktionsprinzip verwenden, um unsere Speisen zu erwärmen, dann kann Albert Einstein, wenn er oben im Himmel sitzt, immer auf den Zähler drücken, wieder bestätigt, wieder bestätigt, wieder bestätigt. Der muss einen unglaublich kräftigen Daumen inzwischen haben. Jedes Mal, wenn in diesem Universum irgendwo ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert, kann Albert sagen, jawohl, habe ich. Danke, danke. Ja, hier nochmal. Danke. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Ist ja unglaublich. Und auf die Herdplatte seines Herdes, wenn ich das mal so sagen darf, da hätte er sich auch viel länger als nur fünf Minuten setzen können. Und zwar ganz egal, ob der Herd nun auf volle Pulle steht oder nur auf ganz wenig. Denn Albert Einstein so genialer war, eines konnte er nicht, er konnte keine Magnetfelder induzieren. Aber er hat stimuliert. Er hat eine unglaubliche neue Physik erfunden, entdeckt mit der Hypothese, dass die Lichtgeschwindigkeit eine absolute Größe im Universum ist, die unabhängig von der Bewegung des Bezugssystems ist. Einstein hat wahrscheinlich auch mit Hilfe der Nahrung, die er, die man ihm gekocht hat, eine der größten Entdeckungen gemacht, die Lebewesen überhaupt über die Welt machen können. Dass es nämlich tatsächlich absolute Grenzen gibt. Und es ist einfach immer wieder unglaublich interessant, welche Magie die Physik in unseren normalen Alltag gebracht hat. Mahlzeit. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020